Prost! Prost! Also, hätte ich gewusst... Zwei, doch zwei! Also, hätte ich gewusst, dass man zwei machen kann, die ich auch voll vorgescheint habe. Machst du's? Ja, ich hab noch viele Grupplage. Ähm, also... Ich hab mich so an Freiheit von Deutsch und auf Englisch auf Englisch entschieden, damit es auch alles ging. So, I can make it in Englisch. Ähm... Ich schreibe gerne über den Freiheitsbedanken auf andere Sachen. Das ist so mein Lieblingsthema. Und deswegen hab ich das auch jetzt so so ein Verwerber mit. Es heißt... Es heißt... Young Stars, oder Yang Stars? Das ist so mein Lieblingsthema. 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 Ich weiß, dass sie nicht mehr wissen, das ist so mein Lieblingsthema. 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 Maschinen, living for money, dying for fame, and not even being ashamed. Talent are getting destroyed, individuals are ignored, and stop being creative if you don't want to be classificated as a Greek. And in all life professions, you can meet people like this. I try to fat off their ropes, to stop being a mannequin. I mean, it's my style that I created. It's my future, my way, my story to tell. Being free doesn't mean to break the roof. It means to create yourself. So, be not sad, let it be. I say, let's be free. And what do you say? Let's be free. Young stars or young stars? Is it a crime to be free? I don't think so. I just try to believe. Ooh. Ooh. You're trying to believe. Ethics, who's the next one? Oh, how about America My next one is Cam Spector'swriter. She's going to destroy her work that we can been pruned to her